Okay, ich bin jetzt heute unterwegs und zwar zum Einkaufen. Aber was wir einkaufen, das zeige ich euch gleich. Wir sind jetzt hier auf der Autobahn, Richtung Ludwigsburg unterwegs. Und jetzt geben wir erstmal Vollgas und dann schauen wir mal, was wir einkaufen. Musik To Christ, the light, my soul, my saint, lay down my pride, to crown you king. Your beauty and your majesty are far beyond compare, for you deserve the highest praise. And my heart's symphony and the best thing ever is what the Savior's done in me. Yes, you raise me, change me with the blood of Calvary. You're my God, Jesus Christ. Ja, jetzt sind wir hier bei Ikea und der Grund, warum wir hier sind, war der Auslöser letzten Sonntag. Denn letzten Sonntag hatten wir zu wenig Stühle im ICF. Viele mussten stehen und das wollen wir natürlich nicht. Und aus diesem Grund sind wir heute hier bei Ikea zum Stühle kaufen. Musik 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 Ja, jetzt sind wir hier, Regal 19 und 1, ganz hinten, denn hier gibt es unsere Stühle. Dass wir hier nur 18 Stühle haben, die haben nichts mehr. Nehmen wir alles mit, oder? So, jetzt haben wir 18 Stühle, alle weg, die Fach ist leer. Das muss ich erstmal reichen. Musik Musik Ja, 18 Stühle haben wir jetzt. Einer davon kann deiner sein, ab Sonntag. Jetzt hoffen wir, dass die Stühle wieder für ein, zwei Wochen reichen. Ansonsten müssen wir eben nochmal einkaufen gehen. Musik 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 Musik